Riesen-Nubel in der Hauptstadt. Die Füchse Berlin gewinnen ihr Heimspiel gegen Frischauf Göppingen mit 28 zu 23 und machen damit den verkorksten Saisonstart für das Team von Trainer Wilimir Petkovic perfekt. In der Anfangsphase kann sich jedoch keines der beiden Teams einen ernsthaften Vorsprung herauswerfen. Frischauf gibt das Tempo vor, Felix Lobedank wird noch schwach attackiert und bringt die Gäste nach gut 12 Minuten mit zwei Treffern in Front. Danach erstmal die Hausherren am Drücker. Bei Göppingen schleichen sich Fehler ein und Konstantin Igrupulo mit sechs Toren treffsicherster Werfer krönt den Viertorelauf der Berliner mit der 8 zu 6 Führung. Gästetrainer Petkovic sichtlich unzufrieden. Erste Auszeit für Göppingen, klare Worte des Bosniers an seine Mannschaft. In der Folge kommt sein Team wieder besser ins Spiel und rechts außen Christian Schöne gleicht nach 17 Minuten zum 10 zu 10 aus. Bei Berlin jetzt Spielmacher Bartolomé Jaschka auf dem Feld. Der setzt den 19-jährigen Youngstar Fabian Wiede in Szene, die Füchse zur Halbzeit mit einem Treffer vorne. Nach der Pause legen die Füchse einen Gang zu. Der Spanier Iker Romero lässt Keeper Marinovic keine Chance und trifft den Strafwurf zum 17 zu 15. Bei den Gästen die Fehlerquote einfach zu hoch. Berlin schaltet schnell und der Ex-Göppinger Pavel Horak ist per Tempo-Gegenstoß erfolgreich. Frisch auf kommt nicht mehr ran. Evgeny Pevnov, vergangene Saison noch in Diensten von Berlin, kann mit der Schlusssirene noch einmal verkürzen, doch der verdiente 28 zu 23 Erfolg ist den Hauptstädtern nicht mehr zu nehmen. Berlin durch den Sieg jetzt mit 6 zu 2 Punkten, Göppingen weiterhin ohne zählbaren Erfolg. Berlin durch den Sieg jetzt mit 3 Punkten,